Nachrichten Nachrichten Immer das gleiche Krieg, Naturkatastrophen, Viren, Wohnungsbrände und noch mehr Kriege Wo sind die wirklich interessanten Themen? Hier auf K9 4 Denn nur hier gibt es die unglaublichsten Nachrichten Zombies, Vampire, Wehrweife, Aliens und noch viel mehr Das sind keine Fake News Das ist die blutige Wahrheit Sehen Sie das Moderatorenpaar Stefan und Davina und ihren Kameramann beim Tatort Manchmal auch noch drinnen im Maschinen K9 4 Nachrichten Nur wir zeigen die Wahrheit Wir machen keine Fake News Es ist die blutige Wahrheit Fake News The Bloody Truth Ein Täter ist noch auf der Flucht und konnte bisher nicht geschnappt werden Mindestens ein Obdachloser wurde, weil der Jagd getötet ist Heute mit dem Sonderbericht zu den Killerwölfen Fake News The Bloody Truth Hilfe! Hilfe! Fake News The Bloody Truth Die Geschäfte im Ausland sind lukrativer Die Deutschen haben kein Geld mehr Verlobsche Lady Ich glaub nur die Drogen konnten sie so lange wach halten Willst du nicht, dass du uns verarschen kannst? Du kannst nur verlieren Ich glaub nur die Drogen Ich glaub nur die Drogen Verpiss dich, du TV-Fuzzi!